hallo und herzlich willkommen zurück zu arg aberration fast aber wir sind mit dem wir wollen hier und dem gucki hallo wo müssen wir lang hier hier hast du hier so unsere aber ranzigen spinos sind fertig oder sich über meinen namen beschwert von meinen dienen ich weiß gar nicht warum spirituelle auch nicht toter spieler spiele du da ist sogar richtig ja altgriechisch für geist weißt du ja so schnell wie ein geist da wissen die gar nicht wo man ja zack tot über die geschwindigkeit kann man sich wirklich nicht beklagen von den spinos und alle da eigentlich ich hoffe doch ja dass ihr noch dran seid nee wir kommen da kaum hinterher bei dem geist dachte ich mir pinkelpause gibt es erst wenn wir da sind und nein ich muss aber so wie auch richtig glaube ich glaube ich glaube ich auch nicht oder und bei kinos was recht ist ein bisschen hätte ein bisschen an der wandklammer muss die kinos und ja auch noch poly mehr so nebenbei ja richtig jetzt einmal hoch zurück sind ja hoch ja ich tauche gerade ab hier fels getaucht jo das ist ein lila loot alleine loot und nimmer mit stehe ich drauf taschenlampe und kano sattel in lila gott sei dank so ist es es regnet jedenfalls zürichs regne ja ja hier in der höhle ich bin mal der wand lang ach ja tatsächlich bin er falsch abgeboten alles ist so ihr solltet allerdings ja da stehen sie und staunen wir haben selbstverständlich auch ein paar anzüge mit aber was heißt ein paar eigentlich nur einen für jeden der muss reichen der muss jetzt erstmal irgendwie reichen mehr edelsteine waren noch nicht da richtig deswegen sind wir unter anderem auch hier ich gehe mal voran ne hast du jetzt angezogen sein ja ja ist auch notwendig ja ja hier unten strahlt es dann schon strahlt es über beide ohren ich höre es knistern so strahlig ist das hier ja ja dann irgendwo sehe ich hier auch ein paar da kommt irgendwas schadenzahlen blocken ach die seeker ja geradeaus unten ja aber du hast äh vielleicht hier tauchen so weiße schadenzahlen aber hast du nichts auf der schulter ja ja bei dir auch ach so ja stimmt die hat was auf der schulter ja aber ich hab nichts auf der schulter ja das ist glaube ich der 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 anzug in den schaden halt durch die verstrahlung ja durch den schaden ja das ist mir schon der das artefakt für uns ja das ist die loot ja oh das ging schnell also mal einen rotzlöffel hat es äh ich brauch mal einen neuen 13 grüne kristalle grüne 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 ja und mal einen rotzlöffel low tail eye eine trauerminute für den rotzlöffel naja bitte wenn wir jetzt ein bisschen länger aber die strahlung ist ja nicht ekelig so ähm aber die haltbarkeit ist auch schon auf der ist ein kino 83 runter von 85 es geht ist die frage wo dann müssen wir jetzt hier jetzt habe ich keine ahnung das habe ich auch nicht das war ja hier ich kann nicht was 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 mal schön ein bisschen nach kristallmasche halten ohne nachschub wird es dann schwierig rot und blau wenn es geht ja wir müssen wenn rechts rum allerdings ist hier links ist jetzt da ist da nichts nee da ist nur der abhang was ich da unterstützen wollen so ne wahrscheinlich eher nicht so ne wahrscheinlich eher nicht oh hier gehts ja mal runter ui na heulen aber äh ja keine abhänger kommt man da runter vielleicht gibt es ja irgendwo einen weg runter hm hier gehts irgendwie rein links aber hier rechts gehts nicht wirklich weiter da gehts nur rüber und dann äh kann sie abstürzen ne ok ja hier links gehts aber nicht weiter auch nicht ja dann müssen wir zurück da ist doch ganz gut wenn du auf der stelle dich drehen kannst ja hm hier lang oder wo ich weiß nicht gehts da unten da ist aber auch nur so ein abhang oder täuscht mich das gehts da weiter hier gehts irgendwie weiter da sind blaue kristalle schonmal aber gut oh ja rote kommen hier auch raus aus dem blauen hier da wo ich bin im großen äh oder weil es nicht hier wo wir sind keiner bei nö das beruhigt mich hier kommt hier kommen aber rote raus auch wenn die blauen noch raus auch noch ja nicht zu knapp ja dann ist ja gut dann taschen voll hier erstmal genug anzüge machen können beim nächsten mal wir brauchen eigentlich nur blaue blaue hauptsächlich für die anzüge die roten haben wir nur für die gas dinger gebraucht ja blaue kommen aber auch raus ich habe jetzt 81 blaue 49 gute und 74 blauer wie auch schon das ist doch ganz gut also für einen neuen anzug für jeden reicht es schon mal passieren ja der anzug ist aber auch noch gut gehts weiter durch wie sahen denn die wie waren denn die roten was die waren damit bei bei den blauen ne aber heute sagt ihr wer noch rote oder war das ich denke was wir das eh nicht gewinnen das waren die so große ich durfte ja leider nicht einmal draufhauen warum nicht ja haben sie schon Spitzhacker vergessen ne ist doch schon ich kann mich aber auch nicht verwundern wenn die Spitzhacker da gehen nicht da gehen Spitzhack habe ich immer mit Axt habe ich immer nicht auch nicht weil ich nie auf irgendwas drauf haue wo ich eine Axte brauche holz irgendwann ist es soweit naja am anfang schon aber wenn du Biber hast dann hast du deine Tiere dann brauchst du keine Axt mehr wenn ich mal fünf Holz brauche wirklich das soll mit der Spitzhacker hin hier gehts aber irgendwie runter Entschuldigung aber ne doch nicht hier sind aber welche wenn der Floki nochmal abbauen möchte ja ja hier in der Ecke auch die hier ja hier meine ich ja was machst du denn da hast du gar nichts ich steh einfach nur rum ich äh ich muss hier bleiben doch ha 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 ah hier ist eine spinne ich denke wir haben auch schon ein paar dabei jetzt mittlerweile ich habe jetzt 288 noch ein bisschen hier geht es ein bisschen runter oh, haben wir da ganz runter müssen? ich fürchte dann müssen wir runter aber da muss ein weg runter geben ja, seid ihr hier nicht? ne, gegenüber irgendwie glaube ich aber wie kommt man da hin? da wo wir am anfang sind war das am anfang und dann auch da anfangs und hier noch irgendwie durch? oder? ne ne? ne, guck mal, du scheiße jetzt haben wir gebraut einen neuen Spino neeein da wird ja gekünftig man muss sich ja auch einfach teleportieren im Notfall dann zur ganzen Not, äh, besuch's mal ne, hier komm ich nicht mehr raus wer steht denn jetzt nicht direkt am Abgrund? ich 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 krass, ich komme zu weit ja schön in mich rein so, wo denn jetzt? äh, ja, hier links fällt mir ein bisschen hoch ne, wir müssen da zurück und herkommen mit Torsi und dann, äh, ob wir auf der anderen Seite runterkommen jo oh, Leute soll ich jetzt mal sagen, was ich von den Spinos und ihrer Bewegungsfähigkeit halte? oh, ne, ne, da ob das liegt an dir? hier ich bin jemand irgendwie vorbeigeritten, der irgendwo aufm Stein geklemmt hat da vorne geht's, wir müssen noch ein Stückchen rum geht's auch nicht rum ne, wir müssen noch ein Stückchen weiter geradeaus Tika ja, oder was? da sind wir langs, ja 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 bei, ne Alpha kack, die ah, dann machen wir los ah, die frühstücken mal weg so, dann klappt ich irgendwie runter und noch zwei das ist wie ein Normaler Oh, schon lange drauf rumweißen, ne? So. Wie weit hältst du, wie hältst du alles? das wird sich ja und als ich kristalle bei drei level gab es immer runter doch da kommt mir direkt an blauen kristallen vorbeigeritten selbstverständlich wir müssen aber hier dann richtig wenn wir hier lange mehr auch noch nicht aber hier sind wir ja hier sind wir runter gekommen und da lang gelaufen da kommen wir gerade her wo hier ja nein wir sind runter gekommen und gerade ausgelaufen da bin ich nein wir sind rechts rüber da wo wir gerade her hier waren wir noch nicht nein hier waren wir definitiv noch nicht ich dir recht aber aber du bist dir ganz sicher ja wir sind runter als wir reingekommen sind sind wir runter gelaufen und geradeaus gehen aber ganz leines stück da super rechts kinos ist hier mal kino hausen teams wird es keine probleme kriegen dann bist du das noch mal kristalle mit denken dass die anzüge reichen jetzt haben wir noch ein paar kristalle hier wir brauchen wir nicht naja ein anzug kostet schon mal um die 100 100 fast 200 blaue kristalle dann baue ich mal ein bisschen natürlich auch schwer wie ozalot ne ja den normalen kristalle muss er wegschmeißen ja blöds jetzt geht es eher bergauf wieder als ja aber das ist nicht ungewöhnlich weil aberration war es auch immer richtig kacke oder da ging es auch immer in tausend richtung da muss es einen da unten bis nach oben gegangen hier hat es auch salle nochmal ohne ende ja so langsam ich mein es wird irgendwann ne wird es eng vom gewicht her naja so viel sollten wir uns auch nicht alles noch so ja wir müssten wir hier unten irgendwie runter aber wie kommen wir da hin zum teufel springen ja in der tat wobei von hier aus wird es noch gehen ja ich bin ein bisschen runter seilt am anderen rande kannst du wirklich nach unten springen wobei ich habe einen Fallschirm wir könnten uns einfach runter stürzen hier guck mal hier immer so falsch stehen hier noch gar nicht da ist echt keine möglichkeit vorgesehen die Winter zu eiern ja auch bestimmt da kannst du irgendwo schauen wir müssen den Fußweg gehen hier links geht es ja auch noch aber ich denke mal das ne das ist auch ein Eingang hier rein das ist gut also kristalle gibt es hier unten ja noch ein Löcher also so mhm so ja ja sieht gut aus ne eigentlich Leuchtkristall wie ein Salzkristall ja war gut da ist jetzt hier unten so richtig hier vorgesehen ich glaube es geht hier auch nicht groß weiter ne ne sieht nicht so aus ob es doch ganz hinten noch mal länger runter geht dass da noch ein Durchgang ist ja hier nochmal ein bisschen was ab ja bleibt eigentlich nur den Weg nochmal zurück und äh die letzte Möglichkeit noch ausschöpfen die letzte Möglichkeit ansonsten heißt es äh springen ja ab zurück Jo. Geht's wieder eins normalerweise. Jo. Oh, au, oh, scheiße. Wollen wir auf die anderen warten, oder? Jo, ich hab euch im Blick. Okay. Weide bist du an mir dran? Ja. Der Felsen ist zu hoch, da kommen wir nicht rüber. Okay. Wir haben ein paar Demo und Morphons angestoppen. Sind aggressiv hinter euch her. Morphodons. Wir waren aber auch schon hinter euch her. Ah, hier geht's aber... Irgendwie geht's da noch runter, ne? Ja, genau. Wir müssen hier mal geradeaus noch weiter. Eine Möglichkeit gibt's ja noch. Wenn ihr mich fragt, sind die am Floki geraten, aber... Wer denn? Morphodons. Ja, die sind an mir dran. Ich hab vorhin außerdem angebissen. Perfekt. Ich bin schnell losgelaufen. Ich bin schnell losgelaufen. Der Smaller ist schon mal ein bisschen noch rum. Ne, also ich weiß nicht, wo es runter geht, ob es noch ein 2 in den Eingang gibt, aber hier geht es nicht runter. Hier wird es einen schönen Wasser voll. Mal gerade auch, so geht nicht oder was? Kommt er nicht runter? Da waren wir ja drüber auf der anderen Seite schon. Ja? Naja, drüben waren wir schon. Gehen wir mal über den Fluss. Kann man diese Kristalle auch abbauen? Ich glaube, die sind nur zu Deko-Zwecken da. Wird nicht in das radioaktive Wasser springen. Habe ich nur einen Schutzanzug an oder nicht? Ich weiß nicht, ob der dich vor radioaktivem Wasser schützt. Da war doch nur ein Wasser. Ist die Frage, wie geht es runter? Ja. Also ich komme hier zumindest durch. Naja, da waren wir ja wie gesagt schon. Bist du sicher? Bist du sicher? 100%ig. Sind wir schon über diesen Wasserfall rüber? Ne, da sind wir ja nicht rüber gelaufen. Es muss einen Weg nach unten geben. Es muss einen Weg zu Fuß nach unten gehen. Und dann bin ich auch fest, wenn überzeugt. Bist du da drüben noch? Ja. Kommen wir mal. Ja. 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 Wir können ja nochmal gucken, ob wir ja noch irgendwas sehen. Aber mit runter stürzen ist ja auch nicht viel, ne? Ne, das geht gleich so richtig runter. Ja. Jawohl, da vorne weiter geht's am Rand. Da könnte man... Das Schöne ist, dass beide und Zwitte hier sind. Das heißt, äh... Wir sind auf einer Seite, also... Naja, du bist hier rüber. Wir sind hier auf der Seite, wo wir gerade waren. Das ist hier die Lücke, über die wir rübergekommen sind. Ja. Also es ist ein Wasserfall. Ja. Nicht wirklich. So. Hier waren wir ja schon überall gewesen. Ja. Merkwürdig. Das ist ein Spielzeug. Vielleicht finden wir einen Weg, wenn wir unten sind. Ja. Wenn wir irgendwie eine vernünftige Möglichkeit haben, runter zu kommen. Ja, sprengen. Hier hinten geht's doch. Da war's noch nicht ganz so hoch. Mit dem Fallschirm runter und die Dinos können wir nachholen. Ja, warum nicht? Äh. Dieser Scheiß. Verdammt. Die kam? Ne. Die Steine über an die man hier hängen bleibt. Da war's jetzt eigentlich nur hinten durch, ne? Naja, hinten durch. Am Rand, wo der andere Ausgang war quasi der Eingang. Äh. Da war's, wenn's nicht ganz so hoch. Okay. Warum hängst du in der Luft? Nein, ich gar nicht. Okay. Aber fuck. Äh. Achso. Du siehst doch noch ein bisschen auf dein Spiegel weg und du bleibst noch in der Luft hängen. Bei mir sieht alles gut aus. Ich glaub ich hab nen Weg nach unten gefunden. Auch wenn ihr's mir nicht glaubt, aber. Ne, eigentlich eher schwierig bei dir, aber ähm, zeig mal. Äh, warte mal, ich geh mal ein Stück, dann könnt ihr mal zu. Von mir kommen aber ich glaub nicht, dass ich hier schon war. Ach. Ne, ich hab nen Weg, glaub ich, gefunden. Ach, wie kommst du da runter? Ich seh dich von oben. Guck mal. Ja, ich seh ihn jetzt auch. Den hat wohl vorhin irgendwer da rumgelaufen, ist doch was. Jetzt hat er ihn ja gefunden. Ja. Spocky ist schon da. Das ist nur so ein ganz schmaler Arm gewesen. Im Dunkeln, das war nicht so leicht. Jetzt kommen die Ausreden wieder. Das hat ja nichts mit Ausreden zu tun. Das ist, äh. Schmale Arm, Dunkel. Ich will meine Belobigung, dass ich das gesehen hab. Wo seid ihr denn? Gut gemacht. Na danke. Ich hab keine Ahnung. Schengi hat da ja ein Felsenfest. Dann mach mal Teleport. Warte, ey. Jetzt bin ich bei Smitty hinten dran. Hier muss es gleich runter gehen. Das war vorhin aber definitiv angelaufen. Ja, aber hier irgendwo gab es halt noch einen kleinen Seitennamen, habe ich gerade gesehen, von oben. Ja. Nur hier geht es wohl nicht lang. Achso, soll ich nochmal hochkommen, oder was? Kann ich auch. Ja. Ach bitte, wenn du es gefunden hast, wenn wir es schon lange... Was soll das heißen? Da hackt der überhaupt auf uns rum, ey. Nein. Nein. Ein netten Sieger. Äh, bei diesen Krüppelbäumen. Ihr seid da richtig. Da hab ich eben schon wen gesehen. Hier runter, 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 runter. Ich häng fest hier. Ja, ja. Wie gesagt. Weiß, er ist hängig fertig fest. Als Krüppelbäumer. Ja. 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 Wahrscheinlich die Morphodons oder sowas im Schleppel auch. Auch klar, dass es einen Weg nach unten geben muss. Naja. Tja. Der Floki hat uns gerettet. Ach, ach, ach. Ja. Schlafe ich da gleich wieder im Stehen. So. Eigentlich Drachenschlucht hier, ne? Ja, man sieht's. Leider ohne Rockgames. Vorerst. Wir müssen weiter runter, ne? Wenn wir... Bestimmt. Ich bin raus, ne? Ich hab hier den Arm hier runtergefunden. Ihr müsst das Artefakt jetzt finden. Ja, ist da kein Problem. Na dann. Aber ich denke mal schon an der tiefsten Stelle. Das ist auf den Drängelarsch. Ich höre weiter, du. Also, Kristalle gibt's echt davon, ne? Ja. Ja. Glaub ich hab was? Was? Na, ist ein Loot-Train? Ja. Vielleicht kann ich mich nicht mehr bewegen. Ach. Das ändert mich ein Aramele. Na, ein Loot-Train. Na, ein Loot-Train. Na, wer looted? Bin doch am Aufräumen hier. Here we go. Kommt einer von den Achten. Na los. Komm Floki, hast dich so schön hier runtergeblust. Na, wo eine guckt. Schlange. Schlange. Oh, rennt ihr mal ruhig vor. Wir brauchen ja nicht zusammenbleiben hier unten in der Ekligen... Hast du doch gerade gesagt? Hahaha. Vor allem fressen die nicht mal alles auf, ne? Die gehen dann einfach an den Tieren vorbei. Haben wir halt nicht nötig, alles aufzuessen. Wir sind keine Arsfresser. Sind's aber schon... Ist das hier nochmal 0-0? Ja. Ist'n diese hier, ja? Macht's nicht gerade einfacher mit der Wegfindung. Noch ein Loot-Crate? Oh, äh... Rüstung ist aufhalb, ne? Wir müssen auch noch irgendwie... Na gut, wir können ja... Wollst du looten? Und du looten? Und du looten? Und du looten? Du looten? Wow, Schittinbrustpanzer, wenn ich richtig... Ich beneide dich ja schon ein bisschen. Ach cool, guck mal. Hier ist auch so ne... So ne... Dreiecks... Vierecksstruktur hier, die... Jo. Du musst glaub ich rechts rum. Ja? Oder? Ja, weiß ich nicht. Also... Ich seh nicht viel, ob's rechts oder links rum ist. Aber hier geht's auch lang. Hier geht's auch lang. Hier geht's nicht lang. Hier geht's auch lang. Okay, hier geht's nicht lang. Nein. Das hier, die sich bringt das eigentlich was? Äh... Nein. Boah, es ist doch größer, wie ich dachte hier unten. Oh. Neun. Hilfe. Verkasse. Okay, aber es geht hier nicht weiter. Nö. Wo ist dann... Da müssen wir tauchen. Befürchte ich auch. Ne... Abzweigung. Waren wir noch drei Stück. Wenn dann auf der anderen Seite vom See, oder? Ne, da geht's auch nicht weiter. Da waren wir schon. Könnt ihr mal... Könnt ihr mal? Wir können der Menge. Was wollen wir denn? Was im Weg gehen? Wir können nicht mal. Schade. Was ist das hier? Ach. Mach mehr aus? Mehr aus. Wir müssen bestimmt wieder diesen Ringen hier folgen. Ne, da sind wir hergekommen, ne? Du wirst uns mal hergekommen. Ne. Ist hier nur irgendwo rein? Man sieht hier auch so beschissen. Wir haben keinen Blick ins Wasser geworfen, ne? Ja. Keine Ahnung. Wollen wir noch mal eben, oder? Wo wir jetzt zurückgehen und dann mal da doch was? Okay. Komm, mach mal. Ich weiß nicht, ob es was Natürliches ist? Das weiß ich auch nicht, aber... Da kommt schon der Nächste. Ah, jetzt kommt es an das... Brottschneid. Also irgendwo in... in der Schlucht eigentlich... hätte ich jetzt gedacht... Ach, da gab es noch einen Weg. Wer will denn? Soll ich machen, oder was? Ich geh doch mit dem Dino rein, wenn der Schaden kriegt, dann... Wow, ich bin... Ich bleibe hier drauf... Ne, ich steige hier nicht ab. Ab hier vorher rum, wenn ich absteige. Jo. Das geht gar nicht. Steig mal ab. Bei dir alles normal? Ne, das ist... Wollen wir mal nen Trick? Ach, jetzt geht's auch. Ne, wirklich. Ich bin auf jeden Fall rumgegangen. Ich hab's aufgenommen. Guck's dir an. Ähm, was ist denn du? Ich weiß nicht. Braust dich nicht. Brauch mich nicht. Ach, scheiße. Ja. Aber... Das scheint mir jetzt nicht... Ganz schön flach, ne? Aber Schaden gibt's auch keinen. Das ist ziemlich flach. Aber... Ich... Ich seh hier nix besonderes. Lass nochmal kurz zurück zur Schlucht, bevor die... Äh... Anzüge nen Arsch hoch machen. Erstmal, ich muss mich mal zu einem von euch porten, kurz. Zu mir am besten. So. So, schaden wir nochmal dadurch, alles gut. In das Midi, endlich hin. Oh. Der ist glaube ich schon rausgeritten wieder, ne? Der hat sich mit dem Artefakt schon auf den Weg nach Hause gemacht. Wahrscheinlich. Da ist er. Ach, schön wie er ist. Lieg ich schon am... Schon in der Base, am Pool. Bist du denn? Bist schon vorgelaufen oder was? Nein, nein. Jetzt hinter uns. Ach so. Und die Nachhut. Oh Gott. Und die Vogel? Ja. Wollt's ja spannend machen. Spannender geht's ja kaum. Deswegen ja. Wer schon den demutierten Spino gekriegt hat, der muss eben nach vorne. Oh, hier müssen wir irgendwann einen anderen Weg finden. Hier ist ja schon mal ne Abzweigung, oder? Wo sind wir denn hergekommen? Von oben. Oben. Rechts oder links? Hier links um die Ecke sind wir runtergekommen, oder? Hier geht's bergauf? Ja, da sind wir hergekommen. Ach so, okay. Nee, wir sind noch nicht hergekommen. Hä? Nein. Hier geht's gar nicht weiter. Okay. Ach so, ne, dann sind wir doch nicht hergekommen. Hier, wo ich stehe, da sind wir runtergekommen. Ey, da ist ein Stein, der ist so groß wie mein Fußnagel. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hier sind wir runtergekommen, oder? Ja. Ach so, ne, dann den anderen. Ne, ne, hier nicht. Hier, wo wir jetzt sind wir nicht runtergekommen. Okay. Da, wo da, oder Weide ist. Da sind wir runtergekommen. Da ist es doch. Wo? Ja, wo wir? Ja. Ach da, ja. Das ist so. Ach so. Wenn dir mal. War echt einfach. Äh, der Fakt ist Torwichters, und? Verbrannter Stachelskin. Wofür ist der? Dann kannst du. Den kannst du dir auf deinen verbreiten Stachel stecken. Auf den Speer oder auf den Spiegel, wollte ich schon sagen. Auf der Pike. Ah, nee, da ist es ja nochmal. Jo. Ja, so. Back to the base? Ja. Achso, und Transport hat keiner mit, ne? Weid hat doch normalerweise immer einen. Ne, im Vogel eigentlich sonst, ja. Hol den Vogel doch her. Ne. Aber da ist gar nichts. Warte mal, weide in deinem Baryonix war einer. Du hast ihn rausgenommen. Der müsste doch damit klacken. Ja, 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 stimmt. Hol ich mir den mal. Bary White kommt damit klar. Jo. Ist doch ein Aparan Baryonix. Gehst du ein bisschen hinten noch zur gelben Wand da hinter dir? Weiß nicht, ob das hier schon zu dicht ist. Äh, ich kann sowieso nicht setzen. Oh, okay. Auch nicht hier, wo ich bin oder so irgendwo. Ne, hier nirgendwo. Oh, war zu easy gewesen. Kannst du ein Stück weiter oben nochmal probieren, aber ansonsten... Ja, vielleicht nochmal direkt am Eingang oder so. Vielleicht geht da nochmal was. Also ich weiß gar nicht, ich... Seht, seht ihr das? Dass ich direkt auf den Baum stecke? Ja, das stimmt. Ich hole uns mal hier weg. Ja, bitte. Aber ich kann halt nicht... Ne, das wird nichts. Doch. Ja? Bleibst du stehen. Ne. Nicht? Aber jetzt komme ich zumindest wieder raus. Ach so. Na ja, dann bin ich der... Oh, da ist es nachher gekommen. Äh, dein... Ne, doch. Bleib weit ist, oder? Ach, hallo. Auf Schloch gesagt, ich bin mitnehmen. Nimm mich mit. Willst du noch nicht kommen? Warum? Achso. Noch ein bisschen aufräumen hier. Ja, sonst kommen wir hier nie wieder weg. Ai, 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 ai. Komm jetzt schon kaum weg. Ich brauch mal einen zweiten Transporter, ey, ey. Wir müssen vielleicht einfach mal eine andere Spawn-Ecke machen. Das wird hier langsam immer enger mit so großen Tieren. Ja. Können wir jetzt oder? Ja, jetzt. Oh, 654 Polymer habe ich nun mal. Ach so, hier geht es ja wieder nicht durch. Und 3600 Chitin? Ich habe ja auch wieder so ein Zweck. Oh, da können wir sogar vielleicht noch schnell die Sturm über hier bauen. Ich habe 1100 Chitin, 7000, ne ich 7000 Chitin, 1100 Chitin. Wie denn hier? Willst du denn von mir? Ich stölpere hier über die scheiß Siebelzahntiger. Gibt es auch nicht dran vorbei an dem Zeug. Dein Spino-Führerschein ist auch normal. Ja, da habe ich halt besoffen gemacht, ne, mit den richtigen. Ja, 500 Polymer und 2600 Chitin. Mit einer Eifern-Karquino-Ausklaue. Oh, ja. Scheint ich nicht. Baderweiß. Ich muss erst mal aus dem Gummianzug raus, hier in der Sonne. Gleich hier im Dings reinschmeißen, ne? Also gute, äh, Chitin. Chemie-Menschen. Ach so, ja. Äh, nö, pack doch, normal also. Wegen Zement? Zement haben wir doch insgesamt am Meer. Ja, Zement haben wir auch genug. Ach so, entschuldigung. Die guten Schnecken. Schneckchen. Oh, unsere Anzüge könnt ihr mal reparieren in der... Und mal ein bisschen Polymer rein getan. Ich bin jetzt im Spino gelassen. Ein bisschen langsamer unterwegs gerade. Äh, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich hab zu viel, krass. So, dann haben wir auch hier, ähm... Sehr gut, ich hab da gut gemacht. Wie viele Steine im Applikator? Ja. Ah. Wie viel sind denn das? 2, 4, 6... 9? 2, 3, 4, 5... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, 9 sind es. Das dürfen wir, glaube ich, alle haben. Du hast nichts an. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren oder so, aber du hast nichts an. Wollen wir das ändern? Ich zieh mich ganz schnell aus. Ja, bitte. Haben wir noch einen Sperr? Ich will mal den Skin ausprobieren. Ja, ja. Spätestens, also Pieke geht ja auch. Spätestens eine Pieke hab ich bei mir im Schrank. Stimmt. Pieke ja, bei mir im Schrank. Die Anzüge irgendwo beinschmeißen. Das ist ein Reparier. Fabrikator. Fabrikator, ja. So sieht er aus. Ach, warte. Dino-Ding ins Strand vorne. Ja. Sag ich mal. Achso. Ich stech dir ins Auge. Super. Ey. Warte mal, du hast ja Popeln in einer anderen Sekunde. Ja. Na ja. Toll. Prima. Ja. Bin auch begeistert. Ich komm wieder in den Schrank. So sieht's aus. So, alles gut. Einfach nicht bunt kannst du den Kopf teilen. Was? Kannst du das Oberteil nicht reparieren. Wahrscheinlich, weil du bist gerade eben blauer Ober-Odel-Edelsteine gefehlt haben. Ja, das hat er nämlich angezeigt. Oder jetzt geht's wirklich nicht in der Tat. Okay. Ist klar. Mal Schluss hier. Jo, jetzt ist Feierabend. Ja. Aus dem Ausführer da. Wohl Gott sagen. Ne, wir sind ja schon, um Gottes Willen, die ganze Jahr 2 von oben. Holladival Tee. So, dann ganz schnell. Tschüss. Jo. Macht's gut. Auf rein. Tschüss. Tschüss.